Liebe Zuhörer unseres Radios, mehrfach schon ist gesagt worden, dass das Rosenkranzgebet eine große Bedeutung für die Familien hat. Familien, die miteinander beten, halten zusammen. Besonders das Gebet des Rosenkranzes hat so eine Art kittende Kraft. Nicht zu Unrecht sagt man, dass Gott sozusagen der Dritte im Bund einer Ehe sein muss, wenn diese gelingen soll. Das Gebet ist wie eine Art Relais, welche die Kraft Gottes in eine Beziehung hineinvermittelt, diese stärkt und vor der Gefahr der Scheidung bewahrt. Von der katholischen Glaubensinformation in Wien habe ich folgendes interessante Zeugnis gelesen. Der Rosenkranz ist wirklich ein Wunder an Kraft und Gnade. Seit mein Gatti und ich den Rosenkranz beten, sind Nervosität und Streit verschwunden. Es ist seither wirklich Friede, Freude, ein Zusammenhalt und größere Liebe zwischen uns. Wir haben gelernt, unsere Sorgen um unsere Kinder in die Hände der Mutter Gottes zu legen. Wir wissen jetzt, aus eigener Kraft können wir gar nichts. Aber Jesus und die Mutter Gottes vermögen alles. Ich danke Gott, weil mein Gatti mit mir betet, obwohl er aus einer Familie kommt, die dem Glauben sehr ferne steht. Er ist als Erwachsener vor unserer Hochzeit in die katholische Kirche eingetreten, aus Liebe zu mir. Mit der Zeit ist auch bei ihm eine lebendige Verbindung mit Jesus und Maria gewachsen. Soweit dieses Zeugnis, diese berührende Geschichte. Liebe Zuhörer, noch ein Tipp für jene, die verheiratet sind. Es wäre gut, wenn Sie im Anschluss an das Rosenkranzgebet, wenn Sie miteinander beten, noch mit freien Worten um die Gnade der Erneuerung des Ehebundes bitten. Die Liebe in der Ehe ist auch vielen Gefährdungen ausgesetzt. Sie muss abriebfest sein gegenüber all den äußeren Umständen des Lebens. Und wenn Sie einfach nur sagen, Herr, erneuere die Gnade des Ehe-Sakramentes, die wir bei unserer Hochzeit, bei unserer kirchlichen Trauung empfangen haben, reicht das schon. Vielleicht mein Vaterunser in Ave Maria. Und Sie sollten das natürlich möglichst miteinander zu beten. Und Sie werden sehen, dass die Gnade des Ehe-Sakramentes immer erhalten bleibt. Der Apostel sagt ja auch den Priestern, entfache die Gnade Gottes wieder, die dir bei der Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Entfachen. Das heißt, es besteht durchaus die Gefahr, dass sich Asche auf Gnaden, auf Beziehungen legt. Deshalb müssen wir immer wieder hineinblasen, bildlich gesprochen, müssen wir immer wieder auch die Gnade entfahren. Auch hier wird die Aufforderung, es einfach nur zu tun. Immer wieder zu tun. Und Sie werden die positiven Folgen verspüren. Fangen Sie am besten heute schon an. Alles Gute und Gottes Segen.